Musik Das Hauptspielelement von Wii Music ist natürlich die Musik. Jedoch ist der Titel nicht mit den Spielen vergleichbar, die Sie eben erwähnt haben. Viele Leute, die zum ersten Mal von Wii Music hören, denken vielleicht, dass nun auch Nintendo auf den Standard-Musikzug aufgesprungen ist. Wenn sich diese Leute jedoch erst einmal mit Wii Music beschäftigt haben, werden sie schnell bemerken, dass sie mit ihrer Vermutung völlig falsch lagen. Bei anderen Genre-Vertretern muss der Spieler im richtigen Moment einen bestimmten Knopf drücken. Genau das ist das Hauptspielelement. Die Herausforderung besteht also in erster Linie darin, die vorgegebenen Tastenreihen folgen, so präzise wie möglich zu absolvieren, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Genau hier liegt der Unterschied zu Wii Music. Bei Wii Music kann der Spieler die Lieder so einspielen, wie es ihm gefällt. Er muss sich nicht an einen vorgegebenen Rhythmus halten. Wir lassen dem Spieler alle Freiräume zum Improvisieren. Der Reiz liegt vor allem darin, einen Song in unzähligen unterschiedlichen Varianten zu spielen. Man könnte Wii Music mit einer Jam-Session vergleichen. Zu Beginn der Session steht noch nicht fest, wie das Endresultat klingen wird. Der Spieler muss sich an keine Vorgaben halten. Ihm selber bleibt es überlassen, welche Instrumente gespielt werden und welchen Teil sie zu dem jeweiligen Lied beitragen sollen. Dadurch sind dem Spieler in seinen Interpretationsansätzen keine Grenzen gesetzt. Nun, ich würde sagen, Wii Music ist ein Titel für jedermann. Es spielt keine Rolle, ob der Spieler musikalisch ist oder nicht. Nein, ich würde sogar sagen, es ist völlig egal, ob derjenige schon einmal ein Videospiel gespielt hat. Mit Wii Music lernt der Spieler den Umgang mit einem Musikinstrument. Außerdem macht er die wertvolle Erfahrung, welchen Spaß es macht, zu musizieren. Durch Wii Music entdeckt der ein oder andere bestimmt seine Liebe zur Musik und wird dadurch angespornt, ein Instrument zu erlernen. Ich hoffe inständig, dass viele Leute diese Erfahrung machen werden. Ich habe bereits mit vielen unterschiedlichen Leuten Wii Music gespielt, auch mit professionellen Musikern. Besonders für musikaffine Leute stellt Wii Music eine große Herausforderung dar. Beim Umgang mit den Instrumenten sammeln speziell Musiker neue, wertvolle Erfahrungen. Das finde ich wirklich sehr interessant. Plötzlich befinden sich Musiker auf der gleichen Ebene mit all jenen Leuten, die noch nie ein Instrument in den Händen hielten. Wii Music verbindet diese beiden Parteien und beweist eindrucksvoll, dass eine musikalische Konstellation aus Musikern und Amateuren funktionieren kann. Die Möglichkeit, eine solche ungewöhnliche Kombination zu realisieren, ist ganz klar eine der Hauptstärken von Wii Music. Nintendo wird definitiv neue Spiele ankündigen. Das steht fest. Wir haben jedoch beschlossen, zunächst einige Spiele, die sich derzeit in der Produktion befinden, fertigzustellen. Sobald diese Arbeiten abgeschlossen sind, widmen wir uns aber wieder verstärkt der Konzeption neuer, richtiger Spiele. Denn genau hier, in der Erschaffung solcher Titel, liegt schließlich die Stärke von Nintendo. Im Moment kann ich Ihnen jedoch noch keine genauen Termine oder Details zu kommenden Spielen verraten. Aber Sie dürfen sich auf zukünftige Ankündigungen freuen. Welche Spiele wir dann veröffentlichen werden, ist bislang noch unklar. Aber wer weiß, vielleicht können wir ja heute oder morgen tatsächlich ein neues Kid Icarus ankündigen. Nun wissen Sie, ich habe in der Vergangenheit mehrmals mit dem Gedanken gespielt, die Arbeit als Videospieldesigner an den Nagel zu hängen. Ja wirklich, es gab Momente, in denen ich einfach ausgelaugt und müde war. Heute hege ich jedoch mehr denn je den Wunsch, auch in Zukunft neue Videospiele zu entwickeln. Ich werde niemals aufgeben und auch weiterhin eifrig meiner Arbeit nachgehen. Ich würde unheimlich gerne ein neues Zelda-Spiel entwickeln. Gleichzeitig habe ich aber auch den Wunsch, etwas völlig Neues zu erschaffen, etwas Unverbrauchtes und noch nie Dagewesenes. Nintendo teilt diese Meinung aus der Sicht eines Unternehmens mit mir. Auch der ehemalige Nintendo-Präsident Hiroshi Yamauchi hegte zu seiner Amtszeit stets diesen Wunsch. Der Auftrag von Nintendo ist es, Leute zu unterhalten. Und genau das haben wir auch in Zukunft vor.